Kaum losgefahren kommt hier ein riesiger Gewitterguss runter. Ich glaube der dauert länger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf geht's! Zweiter Tag! Schön hier! 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 Auf geht's! Auf geht's zum vierten Tag an der Donau! Und es wird heiß! Noch heißer als gestern! ! Musik 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 Und auf geht's! Musik 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 So ein Ärger. Aufgrund von niedrigem Wasser fahren heute keine Schiffe durch den Donaudurchbruch nach Kehlheim. Verdammt, das war doch eigentlich ein Highlight heute. Ja, jetzt muss ich mich über den Berg kämpfen. Musik 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 Hier in Kehlheim verlasse ich jetzt die Donau und es geht weiter entlang der Altmühl im nächsten Film. Musik 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 Musik